Frank Sinatra ist für mich einfach der allergrößte Sänger überhaupt und er und auch seine Musik sind für mich immer die allergrößte Inspiration gewesen. Und als wir dann zu seinem 100. Geburtstag eine Show rund um seine Musik und ihn konzipieren konnten, ist für mich einfach ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Show heißt Tom Gable singt Sinatra und genau das mache ich dort eigentlich auch. Ich singe die großen Hits, wir spielen unbekannte Schätze und auch einiges von seinen lieben Kollegen vom Red Pack. Untertitelung des ZDF, 2020